ich weiß ich nehme ich nöle immer viel rum aber damit erstmal herzlich willkommen zu einer ja eigentlich weiteren folge ich nehme jetzt gerade nahtlos auf zur folge von gestern habe ich einfach gesagt ich bleibe einfach mal sitzen und mache ein bisschen was vor für den mittwoch denn das passt ganz gut und ich konnte nicht alles in eine folge rein quetschen deswegen mussten das einfach zwei werden wir ein bisschen aufgepasst hat hier mein rathaus 11 ist endlich max also noch nicht ganz max wir müssen noch ein bisschen was tun wir müssen nämlich den king hier noch mal zwei level machen aber ich bin gut vorbereitet ich hoffe dass seid ihr auch ihr müsst auch immer mal ein bisschen gucken nach den büchern im moment muss ich sagen bin ich so ein bisschen verwirrt denn ich meine ich habe ich habe jetzt gerade kein buch aber ich hatte mit anderen accounts hier schon rechts ein buch wo der ich muss gerade gucken ob die aufnahme läuft nicht dass ich mich wieder dumm und sich rede der hier eben wo die bilder pushen ist ist ein heldenbuch für 925 weiß nicht wird das noch gefixt ich meine selten buch hat immer 500 gems gekostet das habe ich mir immer geleistet auch bei den anderen accounts jetzt hätte ich die tage fast auf kaufen geklickt und habe gedacht halt 925 vielleicht weiß dass da jemand ich habe bin noch nicht habe bin noch nicht fündig geworden im forum oder so ob das noch wieder gefixt wird oder ob der preis jetzt so bleibt weil ja alles so über billig geworden ist haben das festgestellt 425 gems mehr für das heldenbuch wäre auch nett klar aber für 925 hätte ich fast mal gesagt kauft das kein mensch denn mit pass mit pass ist ja so enthält viel viel günstiger er kauften dafür 925 noch ein buch muss ich mal so sagen denn wenn wir diesen helden oder den können auch gar nicht machen machen hier den king ich glaube ich muss noch mal so ein bisschen hier in gold pass rein kram haben wir hier noch irgendwo dunkles sonst muss ich mir hier so eine endlos farm folge jetzt mit euch machen bekommen kein dunkles mehr doch wir haben noch mal dunkles 15.000 einmal noch 15.000 haben wir noch damit sollten wir jetzt 152.000 haben und ihr seht dass wenn ich den jetzt anstoß ich bin ja besitzer des buches hier habe es jetzt auch fast durch und dann seht ihr was der eigentlich neuen jams kostet der kostet 100 jams weniger als das buch also warum sollte ich jetzt den shop gehen und mir ein buch zu kaufen dann kann ich auch gleich die jams nehmen und kann 100 jams auch noch sparen aber ich will gar nicht sparen ich will das buch hier raushauen jetzt fehlt mir natürlich ein buch also 49 ist der kollege jetzt schon mal und jetzt lassen wir mal tief luft holen ich glaube so wie ich das heute richtig gesehen hatte ich muss auch durch meine accounts immer mal wieder ein bisschen richtig gucken habe ich hier noch habe ich noch eine dunkle rune gold habe ich noch ohne elex book of building habe ich noch aber dann habe ich dir schon abgelegt okay dann habe ich die hier schon abgelegt die dunkle ohne hier die nehme ich auch denn ich würde mir die nächsten pässe auch kaufen dann habe ich in jedem fall immer wieder ein ruhnchen über und dann kann ich eigentlich den hell machen was kostet er hier 157 dann habe ich noch 42.400 glaube ich über so wie ich das sehe das ist nicht schlecht allerdings fehlt mir noch ein buch mir fehlt noch ein buch okay mir fehlt noch ein buch was habe ich heute auch ich habe heute noch kein nachdorf gemacht erst mal die 20 eben rein pumpen hier ein stern im nachdorf und der aufmerksame beobachter hat gesehen dass ich mit diesem account hier auch ganz leicht weiter gehe der geht nämlich auf bh8 und ich war eigentlich auch schon so ich war auch da nah dran zu sagen weil ich so nölig war weißt du was du du gehst jetzt mit dem hier auch einfach auf bh9 was soll denn der scheiß du machst es wie alle anderen jetzt du machst einfach du machst jetzt auch mal den rascher hier machst auch mal den rascher machst nicht alles ganz brav alles fertig wie so ein wie so fleißiger junge so so ihr wisst schon so einer so ich mache alles immer richtig und und wenn ich was mache dann mache ich immer alles zu ende das will ich eigentlich gar nicht mehr ich glaube ich mache das auch mal nicht vielleicht wird das mein erster account wo ich wirklich sage kommen nach mir die sinnflut der wird gleich neun da überspringe ich acht wieso geht die maschine hier gar nicht auf die hütte aber jetzt erst jetzt dreht sie sich erst noch um manchmal ist ein ich meine da war keine kladung mehr glaube ich manchmal ist das ein ist das merkwürdig ja dass die irgendwo so durchflitzen und dann einfach so zu irgendwas wo du meinst warum geht der da jetzt hin da war doch was viel viel in der nähe das sind aber noch ganz nette prozent gewesen hier 74 das sieht ganz gut aus die beiden werden allerdings jetzt nichts mehr wollen das können wir aufgeben und da gucken wir mal victory okay wie viele tor haben wir denn noch wir haben noch drei tage aber da geht noch ein bisschen was an zeit weg aber ich habe jetzt ich habe tatsächlich ein klitzeklitzekleines bisschen bin ich hier gerascht denn ich habe eine truppe nicht gemacht das sind die earnings hier die mache ich jetzt nach das ist mir egal ich wollte die meisterhütte haben meisterhütte dev raus die paar mauern und erst mal gut ist mehr wollte ich gar nicht machen jetzt habe ich aber schon mal 20 da mehr okay 60 in den challenges und alles so weit weg hier nein 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 50 housing space wars of spales in multiplayer battles das können wir natürlich super machen können wir das noch mit dem clanspiel verbinden dann schaffen wir unseren helden heute was müssen wir hier machen vier barbarienplatten in einer stunde ich habe heute keine lust mehr auf boosten wir sind einfach zu warm hier oben da habe ich keine lust mehr auf boosten in acht stunden 50 king level das ist ein bisschen dass das ich glaube das ist ein bisschen attraktiver hier die zauber hauen wir in jedem fall raus wir gehen in die suche rein und ich freue mich ganz besonders dass ich mit dem kollegen hier oder das ist natürlich was haben sie mir hier gegeben okay sie haben mir luft gegeben was soll ich machen sie haben wir jetzt luft gegeben ich habe glaube ich auch sogar luft gefordert weil ich vorher die fans hatte okay da muss jetzt mit klarkommen dann muss ich das jetzt mal rausballern ich freue mich besonders dass mit dem account ich glaube ich habe jetzt ein halbes jahr gebraucht für die helden also die waren ja 40 40 musste 10 10 mal king 10 mal queen und 20 level den worden ich glaube ich irgendwann im januar anfang januar war das video wo ich mit diesem jahr auf rathaus 11 gegangen bin und ich finde ein halbes jahr ist echt stabil ich habe ihr werdet das gleich sehen ich werde euch das gleich mal zeigen natürlich in den letzten ein zwei monaten dank des passes auch ein bisschen schneller vorangekommen dann werde aber gleich mal sehen wie schnell ich hier dieses rathaus 11 fertig bekommen könnte wenn ich denn nicht sagen würde jetzt pass mal auf ich mache keine mauern ich verzichte auch mal einfach auf die morgen ich bin mal der richtige mauer müffel und gehe mit ihm hier auch gleich auf zwölf hoch aber ihr wisst ich mag das eigentlich erstmal ganz gerne dann dann spielen das rathaus wenn es denn fertig ist also von den helden her und deswegen ist das eigentlich immer eine ganz coole sache wenn man erstmal noch so ein zwei drei vier fünf sieben ein jahr noch dieses rathaus spielte bis wirklich alles fertig ist denn mir läuft ja nichts weg hier mir läuft nichts weg und euch auch nicht deswegen solltet ihr in jedem fall nicht so eine lange suche machen das ist ja grauenhaft hier kurzer cut kurzer cut war gut der cut war wirklich kurz etwa 2 4 17 gegner 17 gegner später den können wir machen hier den können wir machen ich weiß auch nicht warum mir der so gut steht aber der hat dieses dunkle so schön da stehen hier so zwei bohrer einmal den dicken becher da hier hinten den einbohrer da geht sicherlich was würde ich mal so sagen mal gucken hier ob so ein paar von den jungs hier schon mal so ein bohrer schaffen oh ja das ist cool das packen sie schon mal ganz locker das finde ich sehr sehr gut muss ich sagen und mal sehen wie weit jetzt meine queen hier geht oh ja das ist schon mal nicht schlecht entschuldigt bitte was habe ich dabei mauerbrecher und dieses komische teil hier ich glaube ich nehme mal den worten mit dazu da kommt jetzt gleich eine gegnerische queen die tut bestimmt weh kann ich mir zumindest vorstellen dass da alles weh tut denn das ist eine rathaus 12 base aber wir sind ganz ja wir wollen eigentlich nur den dicken pot haben da geht jetzt keiner hin das ist gut das ist gut dass da keiner hingeht ich meine ich finde das ist nicht so gut ne muss ich mal so sagen der worten ist ja jetzt da und da ist das rathaus das ist ein bisschen doof das ist jetzt ein bisschen doof ok ich will ich wollte ja in jedem fall das dunkle haben wie stellen wir das denn jetzt am besten an ich gehe glaube ich jetzt mal mit dem hier da rein mit denen da rein ein loon hier rein und dann gucken wir mal dass wir das teil hier mache ich den da auf ja ich glaube ich mache den mal auf denn ich habe hier irgendwie so da wäre mir fast die queen drauf gegangen aber schon mal das rathaus gekriegt ok zeppelin sei dank war aber glaube ich auch nur ein level 1 rathaus dann kann ich jetzt mit meinen meinen hoffentlich den dunklen pot hier holen jawohl auf 152 haben wir den schon leute das ist krass muss ich mal so sagen da außen lassen wir die glaube ich in ruhe die sollen mal hier in der mitte noch so ein bisschen gehen richtung adler so ich habe ja hier ja ja toto hat hat ja mal richtig gift sauber dabei ich kann ja alles vergiften hier so wo gehen jetzt eigentlich hier hin da gehen die noch mal nach dort nächstes mal vielleicht doch einen vielleicht doch mal ein fries war jetzt doch ganz schön fiese hier muss ich sagen in der mitte aber ich glaube den hier machen wir mal weg sind dann endlich alle gift sauber weg ja ich glaube es sind jetzt alle gift sauber weg aber wie nervig ich habe heute abend übrigens gesehen beim thorsten account hatte ich meine in der clanburg und die miner haben den worden nicht angegriffen die waren in meiner dev die haben den worden nicht angegriffen die haben alles angegriffen aber den worden haben sie einfach in ruhe gelassen aber das sieht ganz gut aus hier das sieht immer ganz gut aus die kann ich mal auslaufen lassen aber jetzt ist der kampf auch vorbei ok also cool gemacht hier und vor allen dingen die challenge hier in einen rutsch fertig dann war das ein 50er king habe ich gar nicht drauf geachtet cooler scheiß ok dann haben wir 200.000 wir haben das buch und wir haben endlich den pass fertig haben wir pass fertig skin geholt das teil geholt und dann holen wir uns auch gleich raus damit er auch sein passenden skin bekommt also 50er king hier den wechseln wir natürlich den neuen skin bin ich ganz ehrlich finde ich ganz finde ganz nice und also ist ja nur nice to have nicht must have also meine helden kombi ist hier jetzt auch auf 50 50 wo ist mein profil da mein profil also wir sind hier durch mit den helden jetzt geht es auf in den ck und ich wollte euch ja noch zeigen dass ich hier wirklich nicht mehr so viel zu tun habe ihr seht das hier ich habe jetzt noch ein paar ein einbogenschützenturm dreimal den minenwerfer eine kanone vier bomben 257 mauern da oben noch mal zwei kanonen die etwas billiger sind als es ist echt nicht mehr viel hier laufen die barbaren im moment und ich glaube ich muss hier hinten noch ein bisschen was dunkles machen ja den golem muss ich noch anstarten und den skelly zauber also auch alles im machbaren bereich vor allen dingen jetzt mit dunklen das brauche ich jetzt erstmal nicht mehr für die helden deswegen geht es hier ganz ganz fröhlich auf und ich freue mich vor jetzt auch keine luft mehr luft ist ein bisschen doof boden boden obwohl das gar nicht mal so schlecht war eben war zumindest besser als bei dem klaren kriegsangriff gestern von krones gesetzt da wo das rathaus war auch richtung wo der ballon der zeppelin richtung rathaus ging aber das rathaus nicht erreicht hatte weil es schon weg war naja okay wir haben die helden hier hoch auf die kurze aber knappe folge auf dem mittwoch hat euch gefallen ich denke mal auch wenn es hier heute sehr sehr warm sein wird also beziehungsweise nicht heute sondern morgen auf mittwoch also ihr seht die folge ja am mittwoch aber ich habe sie schon am dienstag fertig gedreht wird es sicherlich am montag schon fertig gedreht schuldig bitte dann wird es sicherlich etwas wärmer sein aber ich mache jetzt die schotten dicht alles aus gehe hier wieder raus ich schneide das ganze zeug am notebook woanders und dann bleibt das hier oben relativ kühl muss ich sagen also heute war es zumindest erträglich ich weiß die nächsten beiden tage werden noch mal richtig backe heiß aber ich denke wir sehen uns trotzdem bis dahin ciao ciao euer tuto best ja 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 ja